Norddeutscher Rundfunk 2021 Gehen wir zurück? Das hättest du gerne, Alex. Ich finde, wir sollten hierbleiben. Ich meine es ernst, ich will zurück. Jetzt nimm doch einfach eins. Du warst schon immer der Langweiler von uns beiden. Ist das dein Ernst? Ja, es ist schon spät. Einfach hier mit dir zu saufen habe ich keine Lust. Du bist ja für gar nichts zu gebrauchen. Dann komme ich einmal zu unseren Eltern und will mit dir etwas machen. Und du schaffst es dann nur noch kurze Zeit für mich zu nehmen. Nein, Alex muss wieder rumheulen. Nein, nein, nein. Ich will nach Hause. Nein, du bist ja so verwendet. Du willst immer noch bei der Mutter. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich bin ausgezogen. Finanziell äusserst stabil. Liebes Leben anders im Griff. Und du, mein Lieber, du musst eigentlich mal anfangen, dein Leben zu leben. Mal rauszukommen. Mal rauszukommen. Mal rauszukommen. Mal rauszukommen. Mal rauszukommen. Weisst du was? Bist du schwer vom Begriff, dass du es immer noch nicht siehst? Was sollte ich sehen? Was ist passiert, Alex? Das weisst du doch. Komm, ich will jetzt von dir hören. Irgendetwas stimmt da nicht. Das bringt nichts. Warte doch mal auf. Du bist wahnsinnig. Ich soll wahnsinnig sein. Das ist nicht real. Ich glaube, ich bleibe noch da. Ich komme auch noch mal auf. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Ich gehe mal auf. Untertitelung des ZDF, 2020